So Männer, Statement kurz, VfB Lübeck gegen Saarbrücken geht 0-0 aus. Es ist enttäuschend, die Zeit verschießt ein Elfmeter, weil wenn du den nicht machst, verlierst du es bald wieder. Und jetzt heute haben wir hier im Waldhof Mannheim gewonnen, 3-1 in Dianne Regensburg, glaube ich ja nicht. Und Halle gewinnt gegen Dresden. Also was ist das? Was passiert hier langsam? Na, was sagt ihr zum Spiel von VfB? War das eine gute Leistung? Den Elfer, der muss sitzen. Ist einfach so. Der Schiedsrichter drin war auch schlecht, Alter. Wie scheiße, kann man den Pfeifen? Alle enttäuscht. Na, wieder ein torloses 0-0 oder unentschieden. Das bringt uns überhaupt nicht weiter. Für uns sind wir jetzt abgestiegen, glaube ich. Was sagt ihr? Könnt ihr mal reinschreiben. Aber so kannst du nicht weiter auftreten. Und ja, mit einer Spitze können wir nicht gewinnen. Schade drum, ne? Würde mich trotzdem freuen auf ein Like und ein Abo. Bis dahin. Haut rein und ciao, ciao. Ciao. Joakim! Ciao.